Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum neuen Season Pass in EAFC. Ich habe schon kurz rüber geschaut, ich habe die letzte Seite extra ausgelassen, also da weiß ich nicht, was kommt. Und so nur schnell durchgescrollt, ich habe schon ein paar Spieler gesehen, ein paar Bags gesehen und ach du heilige Walpfe, das chappert. Das chappert, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Season ist, ob danach noch eine kommt, kann sein, dass das schon die letzte Season ist. Aber was da zeitweise Spiele und Pags drin sind, es ist unglaublich. Jedes Team wird sich verändern und mir kommt vor dem Season Pass, sind jetzt schon bessere Spiele drin, die wir alle oder viele im Team noch fix spielen. Und deswegen schauen wir schnell rein, Season 8. Wenn euch das Ganze gefällt, Like, Auer, Kommentar nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und schauen wir schnell rein hier, Season 8. Auf Level 1 gibt es wieder ein Pack, 84 mal 2 ist okay, nichts Besonderes. Hier ein Tivo, Level 3, 81 mal 11, was für Futter gar nicht so schlecht ist. Dann gibt es hier dann den Wappen auf Level 4 und auf Level 5 haben wir schon den ersten Spieler. Und ich finde den krass, ich finde den Spieler echt nicht schlecht. Und wenn man auf die Karte schaut, über den Kopf ist die Krone. Und wenn ich mich richtig erinnere, voriges Jahr bei den Footies, die Spieler, die eine Krone hatten, hatten automatisch Full Cam und haben bessere Chemie gegeben. Die waren irgendwie so ähnlich wie Heroes, 2 plus Nation, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn das echt dieses Jahr wieder der Fall ist, eine Karte mit einer Krone oben, gibt automatisch Full Cam. Absolut kein Problem zum Einbauen. Aber schauen wir hier rein mal, er ist 1,88. Mittelhocharbeitsraten, 4,4. Fünfstände schwacher Fuß für einen defensiven Pesser, 4 gehen auch noch. Controlled Lens ist er, was cool ist. Und dann, hier ist es, er kann auch IV zocken. Er kann auch IV, er kann ZDM, ZDM und IV. Und wenn ich ihn zocken würde, würde ich ihm erst wahrscheinlich in der IV zocken. Da will ich ihn tatsächlich ausprobieren. Vielleicht kriege ich ihn zur Wiener League. Mal schauen und die States 90 Tempo. Krass schießen, jetzt nicht so interessant. Passspiel, 99 kurzer Pass, 97 langer Pass. Krass, Übersicht 90 noch dazu. Drehbring, die wichtigsten Sets für den Innenverteidiger für mich. 95 Reaktion, 97 Ruhe, auch cool. Defensivste, jetzt wenn man den in Shadow rauf geht, kommt alles fast auf 99 bis auf Kopfball. Aber da hat er dann auch die Sprungkraft mit 88 bei der Füße ist. 98 Ausdauer, 93 Stärke, 97 Aggressivität und Playstyles. Er hat alle defensiven Playstyles. Dazu noch weiter Pass plus, also puh. Den in der IV, ich würde gerne zocken. Mal schauen, wie weit wir kommen. Auf Seite 2 haben wir wieder zwei Spieler. Aber erst einmal ein Back, 83 x 5 auch okay. Und dann haben wir mehrtens die alte Napoli-Legende und wieder ein Spieler mit einer Krone um. Also könnte sein, dass er zu allen linkt. Hoch, hohe Arbeitsraten, 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Wenn man am Flügel spielt, finde ich das besser mit 5 Sterne Skills, dass man auf der Seite ein paar Rolles Kubner und so machen kann, dann in die Mitte geht. Im Zentrum finde ich es umgekehrt besser, also mit den 5 Sternen, schwacher Fuß. Was kann alles? Er kann, ja, Mittelstürmer, ZOM und Stürmer. Spielt bei Galatasaray. Obwohl, kann ein guter Spieler sein, wenn er bei Galatasaray spielt. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob es bei Galatasaray auch gute Spieler gibt. Und ja, Stats. Stats sind gleiches krank, 93, Tempo, 94, Schießen, 94, Passen, 95, Dribbling, 80, Der hat 80 Defense und 70, ey, der kann auch 8er spielen. Ganz ehrlich, den kann man auch als 8er spielen. Als offensiven 8er im 4-3-2-1 oder so irgendwas. 82 Zweig. Ist eine klasse Karte, ist eine klasse Karte. Er hat angeschnittenen Schuss. Bauer schaut in Plus, Schnittstellenpass und Rasserei. Dazu noch Flair, Förster, True Ball, Trivella, Dicke Dacca, entscheidender Pass und Lufa in der normalen Silbervariante. Ja, sieht aus, 4, Playstyle Plus. Karte, die Face-Tats sind auf jeden Fall krass aus. Level 8 haben wir wieder eine Choreo und auf Level 9 kommt schon die gute Reiten. Das ist die erste Karte, die keine Chronium hat. Schaut mal, weil die hat eine Chronium, die hat eine Chronium, die nicht. Also die wird wahrscheinlich normal linker. Schauen wir wieder ganz nach vorne, 1,67. Ganz ehrlich, dieses FIFA gefällt mir eher größere Spieler auch im Zentrum vorne. Wenn, dann maximal am Flügel auf der Seite, dass man da Bewegelkarte hat. Aber grundsätzlich bin ich ein Fan von größeren Spielern dieses. FIFA hat 4,5, hoch, hoher Arbeitsraten. Kann linker Flügel, liegt im Mittelfeld Z1. Also kann man irgendwie immer einbauen. Und ja, die Stats ist eine Footies-Karte. Die Stats sehen auch wieder krass aus. Mit 96 Tempo, 91 Schuss, 93 Passspiel, 95 Dribbling. Physis 75, Defense natürlich 75 und Physis 80. Mit 99 Ausdauer, eine krasse Karte. Hat angeschnittener Schuss im Plus. Hat harter Pass, also die Flanken. First Touch, was in einem coolen Playstyle Platz finde. Und schneller Schritt, dazu noch ein paar andere Tiki-Taka, so die normalen, was immer irgendwie mitgehen. Sieht sehr, sehr stabil aus. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Okay, let's go. Dann wollte ich eigentlich hier sein. Auf Level 10 haben wir wieder ein Wappen. Und auf Level 11 haben wir wieder ein Pack. Und zwar das 83x20. Auf Level 12 haben wir dann den guten Odogi. Namen Safe wieder falsch ausgesprochen. Der Italiener war nicht bei der M dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der hat sich vor das Kreuzband gerissen. Und die Karte sieht auch wieder gut aus. 1,86. Eine gute Größe für den Außenverteidiger. Auch hoch, hoch. Außenverteidiger sind mir die 4-4 auch egal. Geht komplett in Ordnung. Kann auch linke Außenverteidiger, linkes Mittelfeld spielen. Arbeitsraten waren hoch, hoch. Attribute sehen krass aus. Alles 90 plus bis auf Schießen. Da hat er 85. Und da drückt das Ganze der Elfmeterwert ein bisschen nach unten. Defensiv sieht gut aus. Füß ist 99 Sprungklapp, 96 Ausdauer. Krass. Dribbling auch extrem gut. Kann man auch auf jeden Fall mitnehmen. Freut man sich drüber. Level 13 wieder eine Chore. Es ist viel Chore dabei. Und viel Wappen. Das ist mir aufgefallen. Da hätten sie vielleicht 1-2 Packs mehr einbauen können. Und auf Level 14 haben wir die gute Dianne. Die wurde in der Zeit lang ziemlich gehypt. Ich glaube auch die Goldkarte. Und hier wieder hoch, hoch. 5 Sterne Skills. 4 Sterne Schwacher Fuß. Kann auch Stürmer. Rechtses Mittelfeld noch zusätzlich zocken. Und Tempo, Gras, Schuss, Gratit. Was soll ich sagen? Die Karten sind alle Gras. Es hat auch 95 Kopfball. Bringt einen viel bei 1,68. Oh, Plastiles finde ich da jetzt. Ja gut. Der harte Pass ist cool. Technik plus ist cool. Aber hier das Trivella braucht man nicht. Schneller Schritt. Ich finde schneller Schritt reicht in Silver auch. Da wären wir lieber ein angeschränterner Schuss in Gold. Denn hat sie nur in Silver. Aber dafür Lupfer, Power Chains, Power Hitter. Bis auf Ruhe und der Ball hat sie eigentlich alle Abschlussplaystiles. Eine geile Karte, wird sich wahrscheinlich wieder gut spielen lassen. Auf Level 15 haben wir wieder ein Wappen und auf Level 16 Spiel, auf den ich mich freue, Auermeang. Der hat eine Radioactive SPC, SPC glaube ich, war so krass. Und jetzt kommt er hier raus mit einer 96er Karte. Die Karte wäre ich safe spielen. Hochmittel, hoch gering Arbeitsraten, 1,87 groß, gute Größe für den Stürmer. Vier Sterne Skills, fünf Sterne, schwacher Fuß, kann auch MS zocken und Tempo. 99, Schuss 96, Passspiel 91, Dribbling 93, Defensive 50, aber mit 99 Kopfball und 91 Füßes mit 99 Sprungkraft. Hat angestrittener Schuss im Plus, hat Powerheader, hat in der Luft als normaler Playstyle. Hat Dicke Dacke, was aus Stürmer gut ist, hat First Touch, hat Raserei. Ich glaube, wir hatten schon Karten mit mehr Playstiles, aber auf die freue ich mich absolut dafür. Braucht man, ey, wieso komme ich da immer raus, ey. Ich gehe einfach nur zurück. Das war jetzt schon zum zweiten Mal, aber okay. Okay, da braucht man viel XP dafür, also wird man ein bisschen brauchen. Level 17, wieder eine Choreo, dann auf Level 18 Back 85 mal 2. Nice, dann wieder eine Choreo. Ich zeige auch viel Choreo dabei immer. Dann haben wir Anzu, Vati auf Level 20, leider nicht mit 5,5, sondern mit 4,5, aber eben die 5 Sterne Skills für den Flügelspieler. Was ich feiere, 1,78 ist er, kann auch noch Stürmer und linkes Mittelfeld spielen. Und ja, wieder eine Karte mit 99 Tempo. 94 Schuss, aber mit 97 Abschluss. Wally ist ein bisschen weniger, deswegen der Wert nicht so hoch. Passspiel 91 mit sehr soliden Stats. Dann 96 Dribbling mit 99 Beweglichkeit, 97 Balance. Also die Karte wird flink sein wie sonst was, wie ein Wiesel. 99 Kopfball, wieder 99 Sprungkraft. Und bei seiner Körpergröße kann man auch das ein oder andere Kopfballtor machen über den Flügel, wie ich finde. Stärke und aggressive Diät jetzt nicht so hoch. Playstyle ist angestrittener Schuss in der Silber-Variante. Powershot Plus. Wer von euch verwendet Powershot? Ich verwende keine Powershots. Für mich ist das da nutzlosest im Playstyle Plus auf meine Karten, weil ich es nie benutze. Entscheidender Pass, Schnitzchein Pass in Gold, wieder Ticketacker. Also Pass Playstyle ist halt extrem gute. Harter Pass noch, Technicke und Rivella. Und das ist wieder eine Karte mit Komfort. Die Karte am Anfang hat mehr Playstyle. Aber die Karten sind halt vom Rating, von den Werten ein bisschen besser. Deswegen das gleicht sich ein bisschen aus, finde ich. Dann schauen wir auf Seite 5. Da haben wir auf Level 21 wieder ein 84 mal 10. Und dann kommt Rashford auf Level 22. Ein 97er Rashford. Bodydipe, den ich feiere. Aber man wird es nachher sehen, wieder eine Karte mit ein bisschen weniger Playstyle. 5-Sterne-Skills, 4-Sterne-Schwacher-Fuß. 1,86 hoch, mittel. Kann Stürmer spielen, kann auf der linken Seite spielen. So wie wir es kennen von Rashford. Und die Face-Stats und die In-Game-Stats sind krass aus. 97 Tempo, 96 Schuss, 99 Schusskraft, 97 Abschluss. Passspiel 91 bis auf langer Pass. Auch alles 90 oder höher. Dribbling, auch alles 90 plus. Richtig krasse Karte. 99 Kopfball, 98 Sprungkraft. Und generell eine 90er Physis. Sieht extrem schmackhaft aus, die Karte. Aber eine der wenigen Offensivkarten, wenn ich die erste, die keine... Nein, nicht die erste, aber eine der wenigen, der keinen angeschnittenen Schuss im Plus hat, sondern nur normal. Lupfer, Powershot im Plus. Wie gesagt, für mich eine wertlose Playstyle-Plus-Option. Technik, Rasserei im Plus und dazu noch Akrobatik oder Akrobatisch natürlich. Für mich ein Playstyle, der, was mich, wenn ich rein flanke, oft einmal behindert. Das merke ich bei Peter Croucher, weil er dann oft nicht mit dem Kopf hingeht, sondern probiert mit dem Fuß hinzugehen. Und ja, Trivella und noch ein paar andere Playstyles, was gut aussahen. Und die Karte wird... Die Karte, ich gehe einmal zurück, ich weiß nicht, irgendwie ist das Menü verpackt, ich komme immer da anders hin. Die Karte wird karass sein. Auf Level 23 wieder 86 mal 2. Und dann auf Level 24 die Lena Oberdorf mit 1,74. Kann auch Innenverteidiger spielen. Und ZM, Innenverteidiger, ist sie einfach zu klein. Und da sie da kein ZM noch dazu kann, ist ein bisschen, blockiert die Karte ein bisschen, wie ich finde. Mit 5 Sterne Skills, 4 Sterne ist schwager Fuß. Stats sehen okay aus. Tempo könnte. Wenn die jetzt einen höheren Tempowert hätte, dann wäre die Karte als 6er vielleicht noch krass. Aber ja, sie hat auch jetzt halt so viele defensive Playstyles, da fehlt ein bisschen was. Hat zwar Ruhe, Bulb, in Gold, Kante, Antidipulation und Weiterpass. Aber das ist eine Karte, mir fehlt was. Mir fehlt irgendwas bei der Karte. Mir fehlt da ein bisschen Tempo, mir fehlt da ein bisschen Playstyles. Da hätten sie ein bisschen mehr geben können, yay. Und auf Level 25 wieder ein Tivo, braucht man unbedingt. Dann sind wir schon auf der 6. Seite, Level 26, 87 x 2, gutes Pack. Dann wieder eine Choreo, GG. Level 28, 85 x 4, dann auf Level 29 wieder eine Choreo. Da hätten sie was anderes machen können, wenn nur Player Bigs drin sind, so 83 x 3 oder irgendwas. Auf Level 30 wieder 87 x 4, stabil. Dann auf Level 31 wieder ein Banner, braucht man unbedingt. Und auf Level 32 eine 98er Bond-Matic-Karte. Und die ist für mich von den Face-Stats, sondern von den In-Game-Stats, ja, eine perfekte Box-to-Box-Spielerin. Jeder State 90 plus, hoch, hoche Arbeitsraten. Und im Zentralen, also ein bisschen einen großen. Und dann geht es, wenn man den Kleinen auch daneben hat, geht das auch vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Er hat 5-Ständer, schwacher Fuß, 4-Ständer-Skills. Kann ZM und ZM. Hat aber auch keine Krone, das heißt, man muss irgendwie linken. Und die Stats, die Stats. 4-94-Base, gute Aufteilung. 96 Schuss mit 99 Abschluss. 99 Weiterschuss und 99 Stellungsspiel, das ist krass. 96 passen, 99 kurzer Pass, 99 langer Pass. 99 Übersicht, also die Karte wird so viel Pässe an den Mann oder an die Frau bringen. Unglaublich. 99 Trebling, wo jeder State einfach 99 hat. Also das ist eine Must-Have-Karte, wenn man mich fragt. 99 Defense, äh, 99, 90 Defense mit 70 Kopfball. Die wird sie mit ihrer Körpergröße auch nicht gewinnen, aber 98 wäre der Zweikampf, was krass ist. Und dann noch 99 Abfangen dazu. 96 Füße ist und das 86, wie oft rede ich mich? Ich habe schon einen ziemlich trockenen Mund. 86 Füße ist, wird auch gedrückt von 71 Aggressivität. Wenn man selber rauf geht, macht das jetzt nicht so einen Unterschied. Und die Playstyles, wieder weniger, aber, ja, Powershot. Angestellten Schuss sind normal. Entscheidender Pass in Gold. Schnittstellen Pass und die Ketaka noch dazu, was cool ist. Dann Technik, ist noch immer OP. Dann schneller Schritt, was gut ist. Und noch bitterlich, sie hat sowieso 95 Ausdauer. Das heißt, sie wird drei Spiele durchrein mit ihrer Ausdauer. First Touch noch in normal. Wäre cool gewesen, wenn sie in der Defensive noch irgendwas hätte, haben sie leider nichts gegeben. Aber die Karte wird trotzdem gut sein. Die Karte wird einfach bombastisch sein. Dann Level 33. Haben wir 85 mal 10. Level 34 kann man wieder in den Choreo, was wir unbedingt brauchen. Dann auf Level 35, 84 mal 20. Und jetzt kommen wir auf die letzte Seite. Und ich habe die letzte Seite noch nicht gesehen. Denn ich habe schon gehört, es soll ein Haaland-99er-Karte dabei sein. Mal schauen, ob sie echt dabei ist. 3, 2, 1, komm. Ich gehe wieder komplett raus. Ich gehe wieder raus. Warum ist das verpackt? Kann nicht sein, dass ich auf einmal da was falsch drücke, oder? Letzte Karte. 99. 99er Haaland. Wir werden, egal, EA gibt den hier, weil sie wollen, dass die Spieler weiter zocken, dass man sich den erspielt. Und sobald man den haben kann, und die Grinder, den haben, dann wird diese Karte nur mehr. Man wird die Karte in jedem Team sein. FIFA ist sauer. Man wird die Karte in jedem Team sehen. Schauen wir uns das Ganze mal an. 1,95 hoch, mittel, 5, 5 hat die Karte. Stürmer, Mittelstürmer, ja, ist klar. Wie groß ist er? 1,95 ist es. Und die States. Diese States. 98 Tempo. 99 Abschluss. 90 Passspiel mit 99 kurzer Pass. 99 Effet. 99 Übersicht. Dribbling. 93 mit 99 Reaktion. 99 Ruhe. Ist das krass. 85 Defense mit 99 Kopfball und 89 Fussis. Mit 3 Stats. 99 und 93 Ausdauer. Das ist sauer. Das ist ein Gegner. Die Karte wird der Endgegner für jeden sein. Playstiles. Angeschnittener Schuss in Plus. Muss sein. Power schaut in Normal. Power Kopfball. Er hat wenig. Er hat wenig Playstiles. Aber dafür gute. Power Kopfball in Normal. Und in der Luft in Plus. Und das zusammen mit seinem Kopfball. Mit seiner Größe. Mit seinem Körper. Er wird einfach Endgegner. Sein Ruheball in Plus noch. Dann Raserei in Plus. Schneller Schritt. Und Akrobatik in Normal. Hätten sie sich noch einen Schnittstellenpass. Entscheidender Pass in Normal dazugegeben. Dann wäre er komplett over gewesen. Aber er hat sowieso einen 99 kurzer Pass. Also die Karte wird Endgegner. Schauen wir noch. Level 39, 86 mal 11. Nice. Auf Level 38 gibt es einen Karinja. Das habe ich irgendwie gar nicht so. 98. Das habe ich hier gar nicht so geschnallt am Anfang. Weil es ja so grau ist. Karinja. Mittelstürmer auf der rechten Seite. Hoch- und Mittelarbeitsrate. Fünf-Sterne-Skills. Vier-Sterne-Schwacher-Fuß. Den können wir alle noch von vorigen FIFA. 99 passen. 99 Dribble im 95-Tab. Wird auch eine krasse Karte werden. Wird auch eine extrem krasse Karte werden. Playstyles. Angeschnittener Schuss. Schnittstellenpass. Harder Pass. Ballkontrolle. Bis auf Ruheball hat er alles. Trickstyle in Plus. Technik in Plus. Schneller Schritt und unerbitterlich. Alter. Ey, die Karte mit 99 Dribbling. Und vor allem beim 99 Dribbling und 99 Passspiel ist jeder State auf 99. Dann haben wir noch eine Choreo. Und auf Level 36 87 mal Plus. Also es ist meiner Meinung nach, es ist mit Abstand der beste Season Pass, den wir je hatten. Und ja. Schreibt es rein, man sieht davon haltet es. Ich bin jetzt einfach nur krass ausreinig. Ich wünsche euch was. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.